Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xiaomi und ihr seht es hier schon, leider ist mein Kanal in den letzten Tagen sehr AMC-lastig gewesen, aber ich denke mal, ihr könnt es selber auch nachvollziehen, AMC gerade die Aktie, die ja total im Hype ist, die die, ja, es gibt keine andere Aktie, die jetzt gerade mehr für die Leute interessant ist als AMC, aber nichtsdestotrotz, ich möchte weiterhin über Xiaomi berichten, ganz klar, ich bin davon überzeugt, guckt auch ab heute Abend auf meinem Zweitkanal über Kryptowährung, da kommen ab heute auch wieder neue Videos. Aber nun kommen wir einmal zu Xiaomi und der aktuelle Kurs am Freitag lag bei 25,25 Hongkong-Dollar, die Woche hinweg hatte mich ab und zu wirklich mal richtig gut, ja, sehr gefreut, am Montag ein Minus, am Dienstag ein Plus, am Mittwoch ein Minus, am Donnerstag ein höheres Plus und Freitag dann wieder etwas im Minus geschlossen. Und genau so muss ich sagen, geht es eigentlich in den letzten Wochen der Aktie weiter oder ging sie so weiter, denn man hat heute in Sepo geguckt, alles rot, morgen wieder alles grün, übermorgen wieder alles rot. Es ist auch so, die Umsatz 2021 wird mit 328 Milliarden gerechnet und 22 mit einer Steigerung auf 397 Milliarden Dollar. Die Mitarbeiterzahl steigt eigentlich auch stetig, 22.000 Mitarbeiter mittlerweile, ein KGV dieses Jahr von 30,4 und das Nettoergebnis dieses Jahr soll ca. bei 16,664 Milliarden Dollar liegen. Das sind so die kurzen Kennzahlen hier über das Unternehmen. Dann kommen wir natürlich zum Qualitäts- und Wachstumscheck. Beim Qualitätscheck 10 von 15 Punkten. Finde ich immer noch sehr gut, einfach aus dem Grund, Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren 29,7%, Stabilität, Umsatzwachstum bei fast 100%, Einkapitalrendite nicht ganz so toll, Rendite auf das eingesetzte Kapital fast 10% und, und, und. Und nun kommen wir einmal zum Wachstumcheck, dieses 12 von 15 Punkten, einfach, ihr seht es hier schon, Umsatzwachstum der letzten, des letzten Jahres 19,45%, Umsatzwachstum der letzten 2 Jahre 18,56%, der letzten Quartal 24,78% und so weiter. Performance in den letzten 3 Monaten, ihr wisst es, lief nicht so gut, ein Minus von 13,77% und das ist so aktuell die Lage bei Xiaomi. Der Kurs beträgt 2,66 Euro und ich möchte auf einige Sachen eingehen, die ich aus meiner Telegram-Gruppe so aufgenommen habe, die ich unter meinen Videos kommentiert bekommen habe, über Xiaomi und zwar viele von euch, und das tut mir eigentlich fast schon im Herzen weh, zweifeln mittlerweile an Xiaomi. Einerseits sagen viele, wir gehen raus, einfach aus dem Grund, weil Xiaomi für uns, wie soll ich sagen, sorry, hab den Fahnen verloren, einfach nicht mehr so gewinnbringend ist, man glaubt vielleicht auch nicht mehr so stark da dran und dann andere sagen, nee, ich möchte tatsächlich in AMC investieren. Ihr wisst es, AMC Entertainment gerade ist ja gehypt, aber einige andere sagen, idealer Zeitpunkt bei jedem Dip immer nachzukaufen. Also es gibt verschiedene Meinungen, aber ich kann alle verstehen. Xiaomi ist aktuell ja am Schwächeln, aber der gesamte chinesische Markt ist am Schwächeln. Also ihr wisst es, ich mache ja auch Videos über BYD, über viele andere. Es ist, der gesamte Markt ist gerade sehr am Schwächeln. Also es ist nicht nur Xiaomi, wo man sagen würde, ja, das will ich nicht, sondern wirklich jedes chinesische Unternehmen ist aktuell, ja, es gibt andere Unternehmen, die besser performen in anderen Ländern. Und das ist natürlich so der eine Punkt. Dann, wie wird es in Zukunft weitergehen? Also es gibt ja diese Kommentare, wenn Xiaomi ein amerikanisches Unternehmen wäre, wäre die Aktie schon längst bei 3, 4, 500 Dollar oder Euro. Also glaube ich persönlich auch, keine Frage, denn das, was bei Xiaomi dahinter steckt, ist einfach fundamental perfekt. Und rein von der Elektronik, von den News gibt es auch nie etwas Negatives, gar keine Frage. Es gab jetzt noch den Hinweis von einem Mitarbeiter von Xiaomi, der hatte was gepostet, ein Holländer, dass am 11. Mai wohl das Mi 11 Ultra auf den Markt kommen soll in Europa. Das wäre natürlich so nochmal ein Anschwung, ja, ein Umsatzanschwung, denn hier wird es auf jeden Fall sehr starke Nachfrage. Ja, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, noch mehr Kunden zu gewinnen, denn die Nachfrage nach diesem Mi 11 Ultra ist wirklich sehr stark. Also selbst einige von euch haben ja schon geschrieben, sie haben es durch andere Wege importiert und ich persönlich muss sagen, okay, der Preis ist schon ganz schön hoch, aber das Handy hat natürlich auch entsprechende Futures, Technik, Hardware, die wirklich sehr, sehr gut ist. Also da bin ich gespannt, ob da irgendwas an dieser Nachricht richtig ist und kommen wir einmal zu dem Chart. Hier muss man wirklich sagen, er verhält sich eigentlich mehr oder weniger in einer Seitwärtsbewegung. Einige sagen, es ist ein Abwärtstrend, einige sagen wieder so. Also ich persönlich kann nur sagen, wir befinden uns wirklich meiner Meinung nach, ihr wisst, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater, aber wir befinden uns wirklich in einer Warteposition, also das Handelsvolumen absolut unterdurchschnittlich. Es warten halt sehr viele ab, was wird in Zukunft passieren. Und ich kann nur persönlich sagen, ich bleibe weiterhin in Xiaomi investiert. Ich werde auch nicht ein Teil verkaufen, aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich alle verstehen, die sagen, ich möchte ein Teil rausholen, mir ist es zu unsicher. Ich kann es verstehen, keine Frage. Aber für diejenigen, die wirklich sagen, langfristig, bleib hier einfach investiert, die können sich, so wie ich persönlich empfinde, keine wirklichen Sorgen machen, denn langfristig gesehen ist Xiaomi wirklich ein absoluter Top-Player. Auch wenn es gerade eben etwas ruhig läuft, hier muss man halt einfach abwarten, Tee trinken, fällt vielleicht einigen schwer. Allein wenn man letztes Jahr zurückdenkt, die hier vielleicht Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres eingestiegen sind, alle Aktien hatten eigentlich nur eine Richtung und die gingen nach oben. Und dieses Jahr ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Es gibt auch viele, viele, viele Leute, auch in meiner Community, die Aktien verkaufen von Unternehmen, die jetzt vielleicht nur ein bisschen steigen und investieren wirklich in andere Aktien, die gerade eben mehr bringen könnten. Also ist ja immer nur eine Wahrscheinlichkeit, die existiert. Und da glaube ich halt persönlich einfach, ja, kann ich nachvollziehen, aber für mich ist Xiaomi wirklich langfristig auf die nächsten 5 oder 10 Jahre einer der Top-Favoriten, dass die auf jeden Fall sehr stark weitersteigen werden. Und aktuell, ja, keine großartigen News. Das war eigentlich nur wieder ein kurzes Update dazu. Ich denke mal, viele von euch sind zurückhaltender. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet. Schreibt es einfach unter den Kommentaren, wie ihr persönlich damit umgeht. Also werdet ihr verkaufen, werdet ihr weiterhin halten und, und, und. Würde mich wirklich freuen, die unterschiedlichen Meinungen zu hören. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke. Vielen Dank.